was das da Ups darstellen soll Ah guck mal sieht mein Geballer ganz anders aus ich würde gerade sagen wie es bewegt er sich nicht wenn ich hier aufschießen würde das wohl eine Mine da sieht aus wie eine Mine oder ich spiel mal auf hier Oh geil Oh da ist ein Leben und muss ich das einfach mal gefordert oder nee das ist einfach da Ah das war wie HP oder so Scheiße ich hatte schon alles voll Das ist unter dem Bubble Oh ich komme hier nicht mehr hoch Oh wieso komme ich hier nicht mehr hoch Oh doch Wuhuhuhu Ne wie komme ich jetzt da rüber jetzt mal im Ernst Ich glaube nicht dass er so weit springen kann aber Jetzt habe ich vergessen zu springen Ich denke das kann der nicht Kann der nicht Nee kann der nicht kann der kann der nicht Scheiße man Das muss irgendwas richtig witziges sein Ich schätze das ist ein Leben Das da hinten Jaaaa Ah fuck Was ist denn das da Das müssen Minen sein Kann man die nicht kaputt machen Kann ich irgendwie runter gucken hier Und wenn ich den Arsch weg springen lassen Ich weiß ich fahle richtig hier Aber das ist mir eigentlich ziemlich Es macht schon richtig was aus wenn man so guter stark ist und wie ich gerade Und er hat sich auch die Reichweite erhöht das ist schon mal so wichtig für mich Ich habe mich jetzt von meiner runter fällt Dass man auch mal tot ist oder Ich gehe davon aus dass ich Ich habe mich wirklich You son of a bitch motherfucker Weil Nee Alter wirst du mich verarschen Ich mache den kräbel doch jetzt nicht nur noch mal für vorne hier ne, ne danke hab ich da kein bock drauf wenn ihr das spiel cool findet, schön für euch ich find's auch cool und deswegen spiel ich jetzt nicht weiter also voll rein, ciao